Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu Staxel. Bevor wir wirklich richtig loslegen, muss ich ganz kurz was nachgucken. Ah ok, Steam meckert gerade herum, weil es ja immer herummeckern muss. Keine Ahnung, also manchmal leuchtet einfach das unten bei Windows ja auf von wegen, hey ich habe hier irgendwas und dann ist eigentlich nur darum, dass er das Spiel gestartet hat und komische Sachen machen muss. Ich verstehe es nicht. Egal, lange Rede kurzer Sinn, wir machen weiter. Ihr kennt das Spielchen, ich rede mit jedem mindestens drei mal, habe ich mir jetzt vorgenommen. Und wenn dann halt noch kein Herzenfortschritt entsteht, kein direkter, dann lasse ich es einfach gut sein erstmal. Und ansonsten, ja, muss ich einfach hoffen mit anderen Worten, ne? Ach so, der Hase, ja ok. Äh, Karottenkuchen, yep. Die Aufgabe kenne ich doch schon. Mehl, Butter, Zucker, Ei, Karotte und dann ab dafür. Moment, hatte ich die nicht schon erledigt? Ach egal. So, gehackte Karotte, Butter, ein Ei. Guck nochmal. Ei, einfaches Mehl, Butter, einfaches Mehlfeten. Genau. Das hatte ich doch hier auch. Genau. Zucker. Zucker ist ja oben. Jetzt bin ich ja gerade am einkochen, ne? Ich weiß nicht, ob das auch bei der Station funktioniert. Ja, funktioniert auch. Sehr schön. So, ähm, dann muss ich hier Mehl, Butter, Ei. Okay. Ja, inzwischen habe ich die Kombination im Kopf, Leute. Hat vor einer Weile gedauert, okay. Aber inzwischen kann ich mich da jetzt nicht mehr beschweren. Das ist ja wie im echten Leben. Irgendwann hat man die Rezepte halt im Kopf und muss nicht ständig mehr ins Kochbuch oder Backbuch gucken. Und das nervt mich übrigens, dass man halt hier nicht so wirklich den Indikator hat, wo soll man hinziehen beim Öffnen und Schließen, ohne den Kuchen immer rauszuholen. Das passiert mir halt zu oft hier bei dem... So, wie dem auch sei. Rosemary kriegt ihr ein paar Rottenkuchen, die sie unbedingt haben wollte. Okay, ihr Haar seid auch ein bisschen grenzlibell. Ähm, oh, ich wollte nicht stören. Achso, ich sie schon am Hände waschen. So, äh, hier kaut ein Kuchen, bla bla, bitte sehr, bla 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 bla. So, wieder ein Hockeyball. Ich glaube, ich habe es wirklich schon erledigt gehabt und habe jetzt einfach nochmal die Aufgabe gekriegt. Die ist auch halb so schlimm. Ähm, wo ist denn der jetzt hin? Das ist, äh... Ist relativ. Da hätte ich ihn ja eigentlich los werden wollte, indem ich ihn hier aufpacke. Ach, da vorne, ich sehe ihn gerade. Alter, Alter. Ist schon eine Frechheit. So. Also, ein stellten Teil haben wir. Den zweiten... Ja. Muss ich mal gucken. Dauert ein Weilchen. So. Haben wir eigentlich Aufgaben allgemein? Nein. So. Was ich noch schön fänden würde, wenn man auf Journal geht und hier oben, äh, Friendlist hat oder so. Um halt zu sehen, bei wem ist man denn hoch im Kurs und bei wem ist man niedrig. Damit man einfach wirklich eine Übersicht darüber hätte. Vielleicht so... Ja, eine Idee, was ich dann selber mal machen könnte. So, Zitat, Modding. Könnte ich mal versuchen. Wie sich das ja auch nicht so schwert, glaube ich mal. Du musst nur wissen, in welcher Sprache das hier programmiert ist und dann passt das. So, wenn wer jetzt wieder mit dem Spruch kommt, ja, es ist wahrscheinlich auf Japanisch programmiert, der kann sich gleich mal die Füße fassen. Sprache heißt hier nicht gleich Muttersprache von irgendeinem Land, sondern tatsächlich Programmiersprache, ne? So. Für alle, die jetzt sich vor den Kopf gestoßen fühlen, Pech gehabt, ist halt so. So. Und ich warte hier eigentlich nur auf die, auf das zweite Sternteil, um halt das jetzt mal schnell zu erledigen. Vielleicht müsste ich auch erstmal herausfinden, wie ich das überhaupt gemacht habe. Ich weiß nur, dass bis jetzt, dass es halt ne Möglichkeit gibt, ja. Aber wie zur Hölle das geht, weiß ich noch nicht. so. Warum ist eigentlich mein Kopf schon wieder so klein, im Gegensatz zu den anderen? Naja, was soll's. Und da ist doch die zweite. Oh nein. Ach, bitte nein. Ach, bitte. Ah, wobei. Ne, okay. Ja, das ist jetzt, das ist natürlich jetzt ganz prima. Kaffees eventuell. Oh, das muss ich mal versuchen. Wann muss ich schnell jetzt hier gleich mal was bauen? Nein. Und von den Briefkasten aus den Highjump. Den krieg ich hin. Ich muss allerdings an eins denken. Den Regionsschutzausschluss schalten. Um, ja, leider Gottes tatsächlich, ähm, mir hier vier Blöcke zu krallen. Natürlich auch gleich wieder, ne, noch einer? Okay. Drei hätten auch schon gereicht. Die natürlich wieder fein säuberlich hier reinpacke. So. Vielleicht, Leute, ich darf ja auch nochmal ne kleine Sache basteln. Hm. Allgemein bei den Gebäuden, wo man so schlecht raufkommt. Und rauskommt. Naja, egal. Wie auch sei. Ihr kennt das Spielchen. Ich koche nochmal ein bisschen Zucker ein, tue mich dann aufs Ohr hauen und dann geht's ingame am nächsten Tag weiter. Hä? Mir? Ben, kannst du nicht... Was, 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 was jetzt passiert? Ich wollte mich nur hinhauen. Nicht mit dir reden. Jetzt habe ich wieder vergessen, den Ladebildschirm rauszuschlagen. Äh, rauszus... Ich hab meine... Äh, egal. Passt schon. Meine Dailies. Moment. Beinahe meine Dailies vergessen. Oh. Sehr schön, von denen... Warum wieder sammeln? Oh. Doppelte O. Äh, Moment, Gott. Moment. Bin gleich wieder da. Geh gleich weiter. So. Äh, ja. Dailies. Genau. Das Wasser für meine Katzen sind auch da. Okay. Und weiter wird eingelagert, Leute. Moment mal ganz kurz. Okay, kurz genießt. Das nächste Mal konnte ich mich vorher noch muten, weil ich es mitgekriegt habe, dass es anfing in der Nase zu kribbeln. Okay, so langsam, aber sicher bin ich mir relativ sicher, dass ich wieder mal Eier braten wollte. Jetzt wieder aus. Okay. So? So? So. Na gut. War noch sonst was? Ne, na. Genau. Gut, gut, gut. Dann jetzt wieder mit den Leuten reden. Und drei. Ah, ganz ehrlich. Da hätte ich bezweifelt, dass die was abbauen. Lass ich das jetzt auch endgültig aus. Das geht mir nämlich sonst echt auf den Senkel. Achso. Morrell auch noch mal besuchen. So. 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 und so. 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 Oh, was? Achso. Okay. Und jetzt noch mit Rhone in den Eimer reden, auch wenn er eigentlich quasi nichts mehr... Ah, Rosmarie müssen wir auch noch. Hört mich gerade ein. So. Okay, dann nochmal mit Fallen. Der war ja auch irgendwo da. So. Gut. So, und wieder habe ich was gelernt. Ich muss mich hier auf dieser Wiese auch immer genau umschauen. Ich muss mich hier auf der Wiese auch immer noch mal machen. Und wieder habe ich was auch mal hier. Ich muss mich hier auf der Wiese auch immer noch mal Fuß. Und wieder wird mir jetzt aus. Ich muss mich hier auf der Wiese auch immer noch ber~! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und jetzt Biene und Bienenkönigin auch noch wegräumen. Wie viel brauche ich nochmal gleich? Also 20, okay. Gut. So, keine Länge umschweifeln. Bis gleich, Leute. So. Die Lade wird schon ein Stück weit rausgekattet. So. So. Schon eingelagert. Dasselbe hier bei den Bärenbüschen. Ne, kann ich noch nicht. Aber gut. Sehr schön. Das wächst alles fleißig. So, hier den Daily Stuff wieder machen. So. 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 so und jetzt wird wieder eingelagert 300 mal dung ne kann ich ja auch schon wieder fast verkaufen leute ja ok dann koche ich das lieber erstmal wird auch wieder lustig leute aber gut gut ja gut meine ich das ist ja jetzt hier auch nicht so spannend deswegen würde ich sagen springen wir zur nächsten folge und reden mal mit den bewohnern dann weiter sondern auch wesentlich mehr würde ich sagen gut von daher würde ich sagen ich bedanke mich fürs zuschauen ich bedanke mich fürs dranbleiben ich weiß momentan ist es nicht so spannend wie es sonst immer sein könnte aber wahrscheinlich auch interessant trotzdem um halt sachen in erfahrung zu bringen ist es dennoch aber gut wie gesagt wenn ihr irgendwie was spannenderes erwartet muss ich euch leider enttäuschen wie gesagt ich werde jetzt im nächsten part mit den bewohnern noch reden und dann hoffentlich ja wieder eine aufgabe kriegen von daher würde ich sagen bis zum nächsten mal haut rein habt eine schöne woche habt schöne tage ich bin raus 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 haut rein und schau tschüss